Eine Laufzeit von 46,53 Sekunden. Einverkurs für die Amstatt. Jetzt die Segelbeckhabe zu David. Festsport noch im Festsport. Das ist aber erst im Juli. Das ist ja später. An den Start bitte die Schuhwahrer Bonny. Und bereit halten können sich aber die Kerstin Engelberg und die Claudia Braber. Hopp. Hier. Auf. Langsam. An den Start setzt die Maria Schuhwahrer mit Bonny.